Es gab mal eine Zeit, da galten Atomkraftwerke als sicher. Der Glaube an die guten Atomkraftwerke atomisiert, zunächst in Tschernobyl. Und dann Japan, Fukushima 2011. Solche und andere Ereignisse, sie lösen Veränderungen aus. Die Welt, von der wir leben, unsere Umwelt, unsere Erde. Wir können sie gestalten, so oder so, wenn wir denn genügend wissen. Es gab mal eine Zeit, da fuhren keine Autos. Jedenfalls nicht mit eigenem Antrieb. Ölkrise 1973. Es gab mal eine Zeit, da trafen sich Umweltaktivisten unter Bäumen. Waldsterben 1979. Und es gab eine Zeit, da wurden Schlachten geschlagen. Umweltretter gegen Ordnungshüter. Wackersdorf 1986. Proteste, Katastrophen, Skandale, auch Erfolge. In Sachen Umwelt ist in den letzten vier Jahrzehnten viel passiert. Und das ZDF ist immer dabei. 40 Jahre Umweltberichterstattung im ZDF. In vier Dekaden hat sich in der Tat viel verändert, nicht nur in der Energielandschaft. All den ungezählten Themen ist eins gemeinsam, damals wie heute. Oftmals spielen die Umwelt- und Naturschutzverbände eine wichtige Rolle, sind Antriebsmotoren für Lösungskonzepte. 40 Jahre Umweltberichterstattung, das heißt auch 40 Jahre Umweltredaktion. Und da kommt einiges zusammen. Das Planet-E-Team hat so etwas wie eine Hitliste aufgestellt. Hier sind unsere Top Ten, der denkwürdigsten Umweltereignisse aus vier Jahrzehnten. Anfang der 80er Jahre schocken solche Bilder ganz Deutschland. Es sind Bilder von toten Bäumen im Schwarzwald, Harz sowie im Bayerischen Wald. Besonders betroffen die Höhenlagen. Ein neuer Begriff macht Karriere. Waldsterben. Schwefelhaltige Abgase aus Industrie und Fahrzeugen sind die Ursache. Die aggressiven Luftpartikel gehen als saurer Regen nieder, führen zum langsamen Tod der Bäume. Besonders betroffen sind die Tannen. Diese Beobachtungen veröffentlichen Förster und Wissenschaftler Ende der 70er Jahre in Vorträgen sowie Fachzeitschriften. Das löst bei vielen in der Gesellschaft Angst aus. Jung und alt schließen sich Umweltorganisationen an, wie Robin Wood oder Greenpeace. Ihre Protestaktionen sorgen für Berichte im ZDF und für Schlagzeilen in den Printmedien. Die Titel sind provokant. Der Druck auf die Politik wächst. Die Grüne Partei nutzt die Debatte ums Waldsterben für ihren Aufstieg. Aber auch die etablierte Politik will mit dem Thema Wählerstimmen gewinnen. Alle wollen den deutschen Wald retten. Es hat gar nicht gegeben, dass eine Tanne mit solch einem starken Wurzelwerk von einem Wind umgeworfen wurde. Nur auf ganz schlechten Standorten, auf Steinen oder so. Umweltpolitisch soll der Wald nun gerettet werden. Rauchgas-Entschwefelungsanlagen in der Großindustrie werden Pflicht. Ebenso der Einbau von Katalysatoren in Fahrzeugen. Kostspielige Kalkungen sollen den sauren Waldboden neutralisieren. Zudem gibt es jährlich einen Waldschadensbericht. Daraus macht die Politik im Laufe der Jahre aber den Waldzustandsbericht. Das klingt besser. Einer, der das Phänomen Waldsterben intensiv miterlebt hat, ist der ehemalige Forstbeamte Wolf Hockenjus. Wie haben Sie eigentlich damals die Krisensituation im Wald empfunden? Also es war auf jeden Fall eine sehr aufregende Zeit, weil wir Forstleute da in den Blickpunkt der Medien und auch der Öffentlichkeit geraten sind. Und das ist für Forstleute eigentlich relativ ungewöhnlich. Also musste man sich erst ein bisschen zurechtfinden. Man hatte die Schäden. Man hat als Fachmann, speziell bei der Weißtanne, sehr deutlich gesehen, dass da was nicht stimmt. Man hat einerseits den Druck der Umweltverbände gespürt. Und auf der anderen Seite musste man sich als Beamter ja auch eine gewisse Zurückhaltung und Mäßigung auferlegen. Wir stehen ja hier an einer solchen Stelle, wo auch das Waldsterben ja, wo Sie es auch beobachtet haben. Wie würden Sie das heute einschätzen? Wie ist die Situation im Wald jetzt? Also ich denke, der Wald hat sich deutlich erholt. Und die Tanne speziell, die das Hauptsorgenkind war damals als besonders schwefelempfindlich, die hat sich sehr gut erholt. Die Fichten und die Buchen weniger. Da behaupten die Experten im Augenblick, dass sie sich nach wie vor in einem schlechten Zustand befinden. Das Interesse an den Schäden ist in den letzten Jahren abgeklungen. Doch der Wald steht noch immer unter Druck. Klimawandel und Borkenkäfer machen den Bäumen zu schaffen. So fordern die Umweltverbände von der neuen Bundesregierung, sich stärker für die natürliche Waldentwicklung einzusetzen. Gestorben ist unser Wald nicht. Aber es wäre ein Fehler, ihn aus der Pflege zu entlassen. Er ist dynamisch, rund und prangt auf Lebensmittelverpackungen. Der Grüne puppt. Im Juni 91 hält er Einzug in unseren Alltag und macht seitdem die Deutschen zu Weltmeistern der Mülltrennung. Ausgangslage ist eine neue Verpackungsverordnung. Sie ist notwendig, weil die Müllberge in den 80er Jahren rasant ansteigen. Die Menschen jedoch wehren sich vielerorts gegen neue Deponien und vor allem gegen Müllverbrennungsanlagen. Denn die Abgase enthalten krebserregende Dioxine. Entsorgungsnotstand. Die Lösung dieses Problems heißt Kreislaufwirtschaft. Abfälle werden zu wertvollen Rohstoffen, deren Recycling reduziert die Müllberge. In privaten Haushalten entstehen kleine Entsorgungsparks. Viele Verbraucher spülen sogar ihren Verpackungsabfall, bevor sie ihn in den gelben Sack oder die gelbe Tonne werfen. Der grüne Punkt findet sich inzwischen auf fast allen Verpackungen. Verpackungen, die als Wertstoff wieder eingesammelt werden. Für das Markenzeichen zahlen die Verbraucher heute pro Jahr rund 120 Millionen Euro. Tendenz steigend. Die Umweltverbände treten seit Jahren für die Abschaffung des grünen Punkts ein. Kommunale und städtische Unternehmen könnten Entsorgung und Wiederverwertung viel kostengünstiger durchführen. Das Müllgeschäft ist heiß umkämpft. Der grüne Punkt jedenfalls hat die Verbraucher in Sachen Mülltrennung und Vermeidung sensibilisiert. Am 1. November 1986 kommt es in einer Lagerhalle des Chemieunternehmens Sandoz zu einem Großbrand. Mit dem Löschwasser gelangen 30 Tonnen eines giftigen Gemisches bei Basel in den Rhein. Der Name Sandoz steht seitdem für einen der größten Chemieunfälle weltweit. Auf einer Strecke von 450 Kilometern sterben Fische und Kleintiere. Fast der gesamte Aalbestand des Rheins geht zugrunde. In der Summe noch schlimmer ist die alltägliche, von den Behörden genehmigte Vergiftung des Rheins, vor allem durch die Industrie. Sie kippt Unmengen schädliche Substanzen in den Fluss. Allein 1985 ist die deutsche Industrie mit etwa einer Million Tonnen schwer abbaubarer Chemikalien dabei. Darunter Phosphor, Schwermetalle und, und, und. Sandoz bringt das Fass zum Überlaufen. Umweltschützer protestieren, fordern, die Vergiftung des Rheins zu stoppen. Zur Jahrtausendwende sind fast alle Kommunen und Industrieanlagen an die Klärwerke angeschlossen. Die Einleitung giftiger Schadstoffe ist um 70 bis 100 Prozent gesunken. Die Tierwelt hat sich erholt. Es schwimmen sogar wieder Lachse bis 700 Kilometer flussaufwärts im Rhein. Die Rettung des Rheins macht Schule. Auch andere deutsche Flüsse werden wieder sauberer. Vollkommen gesund sind sie aber noch nicht. Mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie soll dies in den nächsten Jahren gelingen. Lange Zeit hat man in Deutschland geglaubt, BSE bleibt nur auf Großbritannien beschränkt. Dort greift die tödliche Krankheit rasant um sich. Vermutlich ausgelöst durch sogenannte Scrapey-Erreger bei Schafen in unzureichend erhitztem Tiermehl. 1992 werden auf der britischen Insel über 36.000 BSE-Rinder getötet und verbrannt. Seit dem 24. November 2000 kann auch Deutschland nicht mehr als BSE-frei gelten. Auf einem Hof in Norddeutschland wird damals die Rinderseuche erstmals entdeckt. Der idyllische Hof von Landwirt Peter Lorenzen in Hörsten in der Nähe von Kiel. Über Nacht gerät er in die Schlagzeilen. Bei einer geschlachteten Kuh wird BSE festgestellt. Daraufhin wird die ganze Herde von Amts wegen getötet. Auch auf anderen Höfen in ganz Deutschland tritt die Krankheit auf. Immer müssen alle Tiere ihre letzte Fahrt antreten. Die meisten aber sind gesund. Die Bauern protestieren heftig gegen diese Praxis. Und den Verbrauchern vergeht vorläufig die Lust am Rindfleisch. Jedes geschlachtete Rind wird jetzt auf BSE untersucht. Bisher in Deutschland mehr als 22 Millionen Tiere. Bis heute ist die Krankheit in Deutschland bei 406 Rindern festgestellt worden. Die betroffenen Bauern stehen vor leeren Stellen. Die letzten festgestellten BSE-Fälle gibt es 2009. Ja, Herr Lorenzen, so sieht die Zukunft eines Milchviehbetriebes aus. Hier haben wir die Jungtiere stehen. Die anderen sind ja jetzt noch schönes Wetter draußen auf der Weide. Das war ja nicht immer so. Jahr 2000, das Schreckensjahr für Sie. BSE-Fall, der erste BSE-Fall in einem deutschen Rinderstall. Wie haben Sie das aus heutiger Sicht erlebt? Wie war das damals? Es war für uns wie ein Albtraum. Also wir kriegten Bescheid, dass eine von unseren Kühen, die zum Schlachter gegangen sind, BSE haben sollte. Und da waren wir natürlich total geschockt. Und dann kam die ganze Welle über uns geritten. Und es sind alle Tiere gekeult worden. Gekeult heißt notgeschlachtet worden. Die sind alle geschlachtet worden und entsorgt worden bei der Tierkörperverwetterung. Und alle getestet worden. Was hat das Dorf dazu gesagt? Wie war die Stimmung, wenn es da heißt, da hat einer eine BSE-Kuh im Stall gehabt? Also die Stimmung war auf dem Tiefpunkt. Ich habe ja noch ein paar Berufskollegen hier auch im Dorf. Und das größte Problem war natürlich für die, die Angst, haben wir es auch, haben wir es nicht. Das war ja so, damals machte das ja eben die Runde. Wie entwickelt sich diese Sache weiter? Mit der Entschädigung, die Bauer Lorenzen bekommen hat, kann er neu anfangen. An seinen Haltungsbedingungen und dem Futter hat er nichts geändert. Können Sie sich erklären, warum ausgerechnet bei Ihnen der BSE-Fall aufgetreten ist? Es gab eigentlich keine Erklärung. Es ist alles Mögliche versucht worden, das herauszufinden. Aber es ist einfach kein Grund oder keine Ursache, praktisch keine direkte Ursache gefunden worden. Über BSE spricht seit Jahren keiner mehr. Dafür beherrschen andere Lebensmittelskandale die Schlagzeilen. Immer wieder auch beim Fleisch, sei es durch betrügerische Machenschaften bei der Haltbarkeit, durch mangelnde Hygiene oder Antibiotika-Rückstände durch die Tierfütterung. Im Mai 2011 infizieren sich hunderte Menschen mit Ehek-Erregern. Die Infektionsquelle bleibt lange unbekannt. Zuerst gelten Gurken als Ursache, dann aber stellen sich Sprossen als Infektionsquelle heraus. Aufgerüttelt durch die vielen Skandale gewinnen Bioprodukte immer mehr Anhänger. Trotz des Booms werden in Deutschland aber bisher nur gut 6 Prozent der Agrarfläche ökologisch bewirtschaftet. Dafür versucht die Gentechnik den Agrarbereich zu erobern, vor allem Gen-Mais. Die Umweltverbände weisen immer wieder auf die möglichen Auswirkungen hin, wie zum Beispiel das Bienensterben. Immerhin regt sich in Sachen Agrarpolitik etwas auf europäischer Ebene. Greening heißt das Zauberwort. Fünf Prozent der Ackerflächen sollen ökologisch genutzt werden. Aus Sicht vieler Naturschützer völlig unzureichend. Fast 40 Jahre ist Deutschland geteilt gewesen, in Ost und West, zerschnitten durch Stacheldraht, Mauer und Minen. Dann der Mauerfall. Die Grenzen lösen sich auf. Es bleibt der Grenzstreifen, in dem während der Jahrzehnte militärische Abschirmung eine Oase der Natur entstehen kann. Diesen ökologischen Wert hat Kai Frobel, Umweltaktivist beim Bund Umwelt- und Naturschutz, schon in den 80er Jahren erkannt. Er hat die Idee des Grünen Bandes. Ein wertvolles Rückzugsgebiet für Tiere und Pflanzen, 1400 Kilometer quer durch Deutschland. Auch ausgediente, frühere DDR-Staatsjagdgebiete, ehemalige Truppenübungsplätze sowie Teile der Insel Rügen werden unter Naturschutz gestellt. Maßgeblich daran beteiligt sind diese vier Naturschützer, die sogenannte Viererbande, unter Führung von Professor Michael Suckow. In den letzten DDR-Tagen ist er stellvertretender Umweltminister und sorgt mit dafür, dass bei der letzten Sitzung des DDR-Ministerrats das Nationalparkprogramm in aller Eile in Gesetzesform gegossen wird. Dadurch sind fast elf Prozent des ehemaligen DDR-Gebietes unter Naturschutz gestellt worden, insgesamt mehr als 11.000 Quadratkilometer. Es ist das Jahr 1998. Revierfürster entdecken in der Oberlausitz ein Wolfspaar. Es sind die ersten Wölfe, die seit 150 Jahren wieder auf deutschem Boden heimisch sind. Fortan zieht das Paar jährlich Welpen auf. Wölfe benötigen keine Wildnis. Sie können sich gut anpassen. Aber sie brauchen große Reviere, wandern bis zu 50 Kilometer pro Tag, um Beute zu jagen. Da sie vornehmlich kranke und schwache Tiere erlegen, spielen sie eine wichtige Rolle im Ökosystem. Zwar hat es der Jäger alleine von Polen über die Grenze nach Deutschland geschafft. Ohne die Unterstützung vieler engagierter Helfer hätte er hier wohl nicht lange verweilen können. Wissenschaftler erforschen das Verhalten des Wolfes, untersuchen seine Wanderrouten, entwerfen einen sogenannten Wolfsmanagementplan. Der soll dafür sorgen, dass Wolf und Mensch möglichst stressfrei nebeneinander leben können. Die Rückkehr der Wölfe, das ist schon eine Erfolgsgeschichte. Auch weil beim Raubtierwolf viele Vorurteile zu überwinden sind. Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Nur die Artenvielfalt insgesamt zeigt an, ob tatsächlich Platz für die Natur ist. Und das ist im dicht besiedelten Industrieland Deutschland nicht einfach zu bewerkstelligen. Mit der biologischen Vielfalt hapert es noch. Besonders Farn- und Blütenpflanzen sind gefährdet. Sogar mehr als jede dritte Art ist bei den einheimischen Tieren bedroht. Wie lässt sich das ändern? Auf dem Weg zu einem Urgestein der Umweltbewegung. Hubert Weinzierl. Er hat sich ein Leben lang für die Belange der Natur eingesetzt. Bezogen auf den Naturschutz, auf die Umsetzung im Naturschutz, wo glauben Sie, sitzen die härtesten Gegner? Ich würde sagen, heute einmal im Landverbrauch. Das ist Straßen- und Siedlungsbau, ja. Das ist ganz klar. Da kann man die großen Geschäfte machen. Zum anderen aber in der Landwirtschaft. Die Landnutzung wird so brutal heute gemacht, zulasten der Natur und zulasten der Mitgeschöpfe, dass man hier einfach nur fordern kann, gerade jetzt in der Umbruchphase hin zu einer neuen Agrarpolitik, mehr auf biologische Methoden zu setzen. Herr Weinzierl, die Rettung einzelner Arten reicht nicht. Wir brauchen ja flächendeckend einen Artenschutz. Wie soll das im Industrieland Deutschland umgesetzt werden? Das Industrieland Deutschland hat noch eine ganze Reihe von Grünblechen. Ein Drittel des Landes ist Landwirtschaft, ein Drittel ist Wald und da ist noch einiges da. Das ist umsetzbar, wenn man es will. Wir müssen das Leben zwischen Tier und Pflanze und zwischen Schöpfung und Mensch wieder neu organisieren, was früher selbstverständlich war. Ich sage Ihnen ein Beispiel, das Geschreiben, irgendwo ein Biber, ein Baum umschreit bei uns. Das ist deshalb so groß, weil wir 100 Jahre nicht mehr gewohnt haben, mit dieser Art zu leben. In anderen Ländern ist das gar keine Frage. Also da ist sehr viel auch an Vermittlung noch offen. Aber immerhin, Deutschland arbeitet daran, dass es mit der biologischen Vielfalt aufwärts geht. Beispiel Schutzgebiete. Davon gibt es in Deutschland einige. Sie reichen von Naturschutzgebieten, die sehr strengen Kriterien genügen müssen, bis hin zu den europäischen Natura 2000 Schutzgebieten, die der biologischen Vielfalt länderübergreifend auf die Beine helfen wollen. Hier tauchen einige geschützte Tiere wieder auf. So zum Beispiel der Luchs im Biosphärenreservat Pfälzerwald, das Murmeltier im Berchtesgadener Land und die Kraniche im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Ein grüner Hoffnungsschimmer für Deutschland. Berlin 2002. Ein plötzlicher Sturm fegt abrupt durch die Hauptstadt. Naturgewalten hat es immer schon gegeben, doch sie treten jetzt häufiger auf. 1990 geht Orkan Wiebke mit über 200 Stundenkilometern über Europa hinweg mit verheerenden Schäden. Danach kommen Stürme wie Lothar, Kyrill und 2010 Xyntia mit ähnlicher Wucht. Deutschland muss sich auf deutlich mehr Wetterextreme einstellen, seien es sinnflutartige Regenfälle oder lange Hitzeperioden. Rekordsommer wie 2003 dürften in 20 bis 30 Jahren normal sein, meinen die Klimaforscher. Dann wird nicht nur der Zugspitzgletscher der Vergangenheit angehören. Die Wettermaschine wird sozusagen ein bis zwei Gänge höher schalten, wenn es der Weltgemeinschaft nicht gelingt, die Klimaveränderungen zu bremsen. Es ist ein Bild der Hoffnung. 178 Staatschefs, aufgestellt zum Gruppenfoto im Juni 1992. Rio de Janeiro ist Gastgeber der ersten Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung. Regierungen aus Industrie- und Entwicklungsländern verabschieden völkerrechtlich bindende Handlungsvorgaben, sogenannte Konventionen. Es ist ein Verhandlungsmarathon und er ist der Motor der Konferenz. Bundesumweltminister Klaus Töpfer. Als deutscher Delegationsleiter setzt er sich für globalen Umweltschutz sowie soziale Gerechtigkeit ein. Am Ende des Erdgipfels steht schließlich die Unterzeichnung der Klimarahmenkonvention, der Konvention zum Schutz der biologischen Vielfalt und der Konvention zur Bekämpfung der Wüstenbildung. Die Staatschefs versprechen, künftig gemeinsam zu handeln. Damals war der Optimismus spürbar. Der Kalte Krieg vorbei, die Wiedervereinigungen in Deutschland vollzogen. Das sollte doch wohl die notwendigen politischen und finanziellen Spielräume bringen, um endlich eine tragfähige globale Umwelt- und Entwicklungspolitik in Gang zu setzen. Dieser sprichwörtliche Geist von Rio, längst ist er verflogen. Immer mehr Menschen fragen sich, welchen Sinn UN-Weltkonferenzen überhaupt haben. Beispielsweise die jährliche UN-Klimakonferenz. Ziel ist die Reduktion der Treibhausgase in der Atmosphäre, denn sie heizen das Weltklima an. Doch trotz Verhandlungen steigt die CO2-Konzentration permanent an. Wirtschaftsinteressen schlagen Klimaschutzinteressen. Positiv dagegen die Agenda 21. Sie steht für kleine Projekte zwischen dem reichen Norden und dem armen Süden. Dazu zählt beispielsweise der Bau von Solarkochern und Trinkwasseranlagen. Herr Töpfer, aus heutiger Sicht, was hat die Konferenz von Rio eigentlich gebracht? Ganz ehrlich, die Euphorie und die Erwartungen nach der Konferenz sind deutlich höher gewesen als das, was hinterher tatsächlich realisiert werden konnte, sicher. Wir haben die Konvention zum Klima dort verabschiedet, die Konvention zur Artenvielfalt. Und es sind ohne jeden Zweifel klare Signale gesetzt worden, dass Umweltpolitik sinnvollerweise und notwendigerweise mit Entwicklungspolitik verbunden werden muss. Und es sind ebenso klare Signale gesetzt worden, dass wir in der Globalität nur eine Lösung für dieses Problem befinden können. Die Welt verändert sich rasend schnell. Bevölkerungswachstum, die Klimaveränderung, die Bankenkrise. Was glauben Sie, können politische Konferenzen auf der UN eben da überhaupt noch Schritt halten und Lösungen anbieten? Meine Erfahrung war eben immer, je mehr Teilnehmer an einer Konferenz, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Ergebnisse sehr mager sind. Das ist eine negative Korrelation. Man muss sehr viel schneller handeln können. Sie haben als Chef des Umweltprogramms der Vereinten Nationen acht Jahre lang, zwei Amtszeiten lang in Nairobi gelebt. Wie hat das Ihre Wahrnehmung, die Wahrnehmung der Probleme für Sie verändert? Es ist klar geworden für mich, dass Armut zuallererst immer eine Armut an Energie ist, an Zugriffsmöglichkeiten für Entwicklungsfähigkeit. Und dass wir uns immer und immer wieder fragen müssen, was wir denn dazu mit beigetragen haben, dass die Entwicklungsprobleme dort so sind, wie sie sind und dass Umweltprobleme damit verbunden sind. Und ich glaube, wir sehen, dass bis in die heutigen Tage hinein, was sich gegenwärtig vor Lampedusa erleben, ertragen, erleiden muss, ist ein Beleg dafür, dass diese Welt so massiv zweigeteilt ist. Und wenn du das in Afrika miterlebst, schläfst du nicht mehr ganz gut. Die Flüchtlingsströme dieser Tage stehen im Widerspruch zum Geist von Rio 92, der auch soziale Gerechtigkeit schaffen wollte. Derweil arbeitet die junge Generation an Ideen, die der Erdgipfel in Gang gesetzt hat. Ein Schock mit kuriosen Bildern. Ölkrise 1973. Weil Benzin knapp wird, müssen die Autofahrer in Deutschland an vier Sonntagen ihr Gefährt stehen lassen. Fast autofreie Städte und Autobahnen. Wer fahren will, braucht eine Sondergenehmigung. Reine Pferdestärken haben damals die Straßen fast für sich allein. Die Energiekrise bestimmt fortan das Tagesgeschehen. Vielen wird klar, dass die fossilen Energiereserven endlich sind. Öl wird im Laufe der Jahre deutlich teurer. Auch immer wieder hervorgerufen durch politische Krisen und Kriege, wie im Irak und in Kuwait. Öltankerkatastrophen oder Unfälle auf Ölplattformen, wie der Deepwater Horizon, führen zu Verschmutzungen gigantischen Ausmaßes. Trotzdem wird weiter auf Teufel komm raus Öl gefördert. Die Umwelt, wie hier beim Ölschiefeabbau in Kanada, hat dabei keine Chance. Immerhin steht weniger Treibstoffverbrauch bei der Entwicklung neuer Fahrzeugtypen mittlerweile im Vordergrund. Bis 2020 sollen die Automobilhersteller den CO2-Ausstoß auf 95 Gramm pro Kilometer reduzieren. Deutschland möchte das wegen seiner Autoindustrie verhindern oder zumindest hinauszögern. Hybrid- und Elektroautos helfen dabei. Geladen mit Ökostrom senken sie den durchschnittlichen CO2-Ausstoß der gesamten Fahrzeugpalette eines Herstellers zugunsten der spritfressenden Modelle. Letztlich aber geht es um neue Mobilitätskonzepte. Ein Trend? Vom E-Bike bis zum Carsharing soll künftig im täglichen Leben alles elektrisch fahren. Es ist der 26. April 1986. Im ukrainischen Atomkraftwerk in Tschernobyl kommt es zur Kernschmelze. Lok 4 explodiert, große Mengen radioaktiven Staubs entweichen. Es ist ein GAU, der größtmöglich anzunehmende Unfall. Mit bloßen Händen tragen Helfer die Trümmer zusammen. Sie werden ihren Einsatz mit dem Leben bezahlen. Dennoch, der Kampf gegen die Strahlung bleibt erfolglos. Die Informationen sickern nur langsam in den Westen. In dem Atomkraftwerk Tschernobyl hat sich ein Unglück ereignet, wobei einer der Atomreaktoren beschädigt wurde. Maßnahmen sind eingeleitet worden, um die Folgen des Unglücks zu beseitigen. Den Betroffenen wird Hilfe geleistet, heißt es bei TAS. Eine Meldung, die auch die deutsche Atomwirtschaft in akuten Erklärungsnotstand versetzt. Bisher abgetan als lapidares Restrisiko. Nun also ein katastrophaler, todbringender Unfall. Mit Auswirkungen auch für Deutschland. Bayern ist zuerst betroffen. Die Behörden empfehlen, auf frische Milch zu verzichten. Auch frisches Gemüse ist belastet. Die Wochenmärkte bleiben leer. Ernten werden ausgesetzt. Der wirtschaftliche Schaden für die Bauern ist enorm. Angst geht um, vor allem vor Spätschäden durch radioaktive Strahlung. Tschernobyl bringt die Anti-Atomkraft-Bewegung mächtig in Fahrt und löst eine Sicherheitsdebatte aus. Eine bemerkenswerte Folge. Die Bundesregierung unter Helmut Kohl schafft ein neues Ministerium. Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Es bündelt wesentliche Zuständigkeiten der Umweltpolitik. Erster Bundesumweltminister wird Walter Wallmann. Doch die Auseinandersetzungen um die Atomkraft gehen weiter. Eskalieren mancherorts. Proteste im bayerischen Wackersdorf. Auf dem Baugelände der geplanten Wiederaufarbeitungsanlage für nukleare Abfälle. Proteste auch in Gorleben. Seit die Kastortransporte rollen, werden sie blockiert. Längst sind es nicht mehr nur die Umweltaktivisten, die eine andere Energiepolitik fordern. Atomkraft, nein, danke. Immer mehr Menschen denken so. Das alles reicht für die Abkehr von der Atomkraft nicht. Dafür muss erst noch eine andere Katastrophe geschehen. 11. März 2011. Ein Erdbeben erschüttert Japan. 15 Meter hohe Tsunamiwellen rollen auf die japanische Ostküste zu, begraben Siedlungen, Straßen und Industrieanlagen unter sich. Auch das Atomkraftwerk Fukushima wird getroffen. Es kommt zur Kernschmelze. Große Mengen radioaktives Material werden frei, verseuchen Land und Meer. Jetzt weiß jeder, wie hoch das nukleare Restrisiko wirklich ist. Auch die deutsche Bundesregierung. Die Kanzlerin vollzieht die Kehrtwende. Wenn schon in einem Land wie Japan mit sehr hohen Sicherheitsanforderungen und hohen Sicherheitsstandards nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle augenscheinlich nicht verhindert werden können, dann kann auch ein Land wie Deutschland mit ebenfalls hohen Sicherheitsanforderungen und Sicherheitsstandards nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Deutschland ruft die Energiewende aus. 2022 soll der letzte Reaktor vom Netz gehen. Die erneuerbaren Energien sind plötzlich politischer Konsens. Bei allen Schwierigkeiten, das Ziel ist gesteckt. 2050 soll die Energieerzeugung zu 80 Prozent aus Biomasse, Wasser, Erdwärme, Sonne und Wind stammen. Tschernobyl und die Folgen bis hin zur Energiewende. Ziemlich sicher ein verdienter erster Platz bei unserem Ranking der bedeutendsten Umweltereignisse. So viel also zu 40 Jahren Umwelt im ZDF. Schauen wir nach vorn. Das sehen Sie in der nächsten Folge von Planet E. Ackerland in Bauernhand. Bald ist das Legende. Spekulanten kaufen immer mehr Land und setzen auf fette Gewinne. Kleinen Bauern geht der Boden aus. Profite für Investoren, Pleiten für Landwirte. Der Poker um die Äcker. In der nächsten Folge von Planet E. Zukunft in der nächsten Folge von Buy. MS